In den letzten Videos haben wir viele der Hypothesen gesehen, die es offensichtlich in unserem Wahrnehmungssystem gibt, die dafür sorgen, dass Vervollständigungen passieren. Bei den optischen Täuschungen ging das dann manchmal in die falsche Richtung. Aber so im Üblichen sind die natürlich immer sehr hilfreich, weil sie in den allermeisten Fällen das Richtige vorhersagen. Deswegen kommen wir so gut klar in der Welt. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir ständig irgendwo gegenrennen oder ständig irgendwelche Fehleinschätzungen in der Wahrnehmung haben. Das ist nicht der Fall. Also ist unser Wahrnehmungssystem schon ziemlich gut. Wir wollen mit den Hypothesen noch ein kleines bisschen weitermachen, denn es fehlen uns noch die wichtigen Beleuchtungshypothesen. Machen wir uns noch einmal kurz den Hypothesengenerator wieder plausibel, bringen wir uns den nochmal wieder ins Gedächtnis. Signalverarbeitung im Bottom-up-Ansatz ist nur ein kleiner Teil dessen, was die Wahrnehmung ausmacht. Ganz wichtig ist, dass das immer durch Wissen angereichert ist. Dadurch wird immer ein komplettes Bild erst erzeugt, was ein hypothetisches Bild ist. Es gibt also immer eine Hypothesenbildung im Wahrnehmungssystem über das, was dann gerade wahrgenommen wird. Und von der linken Seite kommen Abkürzungen mit hinzu. Also fest eingebaute Eigenschaften, also fest eingebaute Wahrnehmungsmuster, die wir in unserer biologischen Verschaltung schon haben. Es fehlen uns noch die Beleuchtungshypothesen, wie ich sagte. Bei Beleuchtungshypothesen geht es um Vordergrund-Hintergrundunterscheidung. Wie erkenne ich, ob etwas vorne ist oder ob es hinten ist? Schaut euch dieses Bild mal an. Das ist von einem Kollegen von mir, von Harald Selke, von dem ich ja schon ein paar Mal erzählt habe. Und Harald ist ein großer Neuseeland-Fan und hat auf einer Wanderung in Neuseeland dieses Bild gemacht, was ich durchaus einigermaßen beeindruckend finde, was man da so sieht. Jetzt frage ich mal, woran kann man festmachen, was vorne ist und was hinten ist in diesem Bild? Macht mal ruhig Pause und überlegt mal einen Moment, woran man das festmachen kann. Ja, ich denke mal, ihr seid auf einige der Dinge gekommen, die ich euch jetzt auch zeigen werde, die man hier feststellen kann, die sich auch in Literatur, also in wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigt haben. Das ist zum einen Mal, wenn wir das jetzt hier nochmal reinbringen gerade, dass man matte und ungesättigte Bereiche, also eher flaue Farben, wenn man so sagen möchte, eher hinten hat und kräftige, gesättigte Bereiche eher vorne. Und das sieht man hier sehr gut. Die kräftigen, gesättigten Farben befinden sich im Vordergrund, was hier unten ist im Bild. Und wenn wir mal weiter hinten gucken, hinten bei den Bergen, da ist alles so Ton in Ton und überhaupt keine richtige Farbsättigung mehr da. Bereiche mit starken Helligkeitskontrasten, also wo eine helle und eine dunkle Farbe nah beieinander stehen, sind eher vorne und welche, wo diese Unterschiede es gar nicht mehr gibt, sind eher hinten. Das kommt hier auf das Gleiche hinaus, vorne in dem Bereich. Wenn ihr mal diese Sträucher oder Gräser im Vordergrund euch anguckt, da haben wir teilweise einen richtig dunklen Bereich und direkt daneben einen richtig hellen Bereich. Weiter hinten ist das alles ineinander verwaschen und solche Unterschiede sind eigentlich gar nicht mehr auszumachen. Wir sehen zwar auch noch Helligkeitsunterschiede, aber die sind bei weitem nicht mehr so stark wie hinten. Ja, dann gibt es noch die Bemerkung oder den Befund, dass man sagt, Rot und Gelb liegen vor Grün und Blau. Das ist in diesem Bild nur teilweise festzustellen, denn Rot kommt zum Beispiel in diesem Bild gar nicht vor. Aber wie kann man das denn interpretieren, wenn man jetzt auch mal wieder auf eine Hypothesenbildung rausgeht, dass Rot und Gelb vor Grün und Blau liegen sollten? Das liegt daran, dass man, ja, was ist denn Grün und Blau? Grün und Blau ist häufig das, was hinten ist. Also der Wald in der Entfernung, der Horizont ganz hinten, das Meer ganz hinten. Das heißt, wir haben die Wahrscheinlichkeit, dass hinten etwas grünlich oder bläulich ist und was anderes vorne ist, eher rötlich oder gelblich ist, ist ziemlich hoch. Deswegen kann man diese Beobachtung, die man wissenschaftlich machen kann, durchaus auch mit so einer, na sagen wir mal, evolutionären Wahrnehmungshypothese begründen. Es ist allerdings bei diesen dreien, wenn ich die mal jetzt schon mal erstmal so nehme, so, dass man schlecht sagen kann, was dominiert. Die Helligkeit und die Sättigung scheinen zumindest einen stärkeren Einfluss zu haben als diese Rot-Gelb-Grün-Blau-Unterscheidung. Die kann man in erster Linie dann beobachten, wenn man voll gesättigte Farben dieser Art nimmt, dann kann man das im Experiment nachweisen, dass eine Tendenz da ist, dass Rot und Gelb eher vor Grün und Blau gesehen wird. Das heißt also, das ist etwas, wo wir für die Gestaltung vielleicht was rausziehen können. Also Hintergründe eher Grün und Blau und Vordergründe eher Rot und Gelb. Vielleicht aber auch nicht so. Es ist also eher die Schwächste dieser Regeln. Ja und dann gibt es noch Helligkeitsabstufungen. Wie sehen die Helligkeitsabstufungen denn bei diesem Bild aus? Vor allen Dingen im unteren Bereich sieht man das gut. Wenn man jetzt mal von dem eigentlichen Himmel absieht, der natürlich relativ hell ist, sieht man im unteren Bereich, dass es näher zu mir hell ist und so weiter es weg von mir ist, dunkler wird. Das ist eine typische Situation, die eintritt, wenn hinter mir die Sonne ist. Denn dann ist es so, dass die Lichtstrahlen, die von weiter weg zu mir wieder zurückkommen müssen, durch die Luft ja einen längeren Weg zurücklegen müssen. Und in der Luft, die Luft ist ja nie ganz klar, in der Luft werden sie also quasi etwas abgeschwächt. Und dadurch ist das Licht, was von weiter weg kommt, dunkler in geringerer Intensität. Es erscheint dann dunkler, das Ganze. Und was näher an mir dran ist, erscheint natürlich heller. Die gleiche Luftbegründung ist übrigens auch die, die für die Sättigung spricht. Nämlich, wenn es weiter weg ist, dann kommt so eine Streuung. Das Licht muss einen weiteren Weg zurücklegen. Es ist irgendwie ein bisschen Dunst in der Luft oder Dreck in der Luft oder was immer es auch ist. Und dadurch werden die Lichtstrahlen ein bisschen mehr gestreut. Dadurch kommt es, dass die Farblichkeit irgendwie verloren geht und auch die Brillanz irgendwie verloren geht. Und deswegen haben wir im Hintergrund eher diesen verwaschenen Eindruck. Das heißt, jetzt haben wir eine Situation, wo wir sagen, vorne hell, hinten dunkel. Es kann uns aber natürlich passieren, dass uns die Sonne entgegenscheint, ins Gesicht scheint. Und dann hätten wir eher die umgekehrte Wahrnehmung. Dann hätten wir eher in der Entfernung Helligkeit und in unserer Nähe Dunkelheit einfach durch Schattenwürfe, weil das dann quasi von hinten beleuchtet wird und das Vordere eher dunkel erscheint. Wenn man so allgemein mal guckt, wirkt diese Variante plastischer, die wir jetzt haben. Also vorne hell, hinten dunkel. Gerade auf Fotos wirkt in der Regel besser. Gegenlichtbilder haben irgendwie zwar ihren Charme, aber häufig ist diese Tiefe nicht mehr so richtig da. Das heißt, es gibt da eine Tendenz, dass man eher sagt, vorne hell, hinten dunkel als umgekehrt. Es ist aber keine so ganz extreme Regel, die man ansenden kann. Ja, in der Realität tritt das sowieso alles gleichzeitig auf. Aber wenn wir das für die Gestaltung benutzen, können wir uns natürlich auf einzelne dieser Aspekte beziehen und damit eine Tiefenstaffelung herstellen von Objekten. Wo braucht man das? Zum Beispiel, um darzustellen, welches Fenster vorne liegt und welches hinten liegt, welches Element innerhalb eines Fensters den Vordergrund darstellt und was der Fensterhintergrund ist. Wie man es herstellt, dass ein Button als Erhaben vom Hintergrund erscheint. Dafür kann man diese Erkenntnisse relativ gut brauchen. Es gibt noch zwei interessante Interpretationen von Hoffmann, die sich darauf beziehen, was man als eine Fläche ansieht und was man nicht als eine Fläche ansieht. Das macht er hier anhand dieser Bilder. Auf beiden dieser Bilder sind die gleichen Farbquadrate zu sehen, sowohl links als auch rechts. Aber man interpretiert die linke Seite irgendwie als eine Fläche, wo verschiedene Beleuchtungsquellen vielleicht drauf einwirken, sodass dieser Farbunterschied entsteht, während man auf der rechten Seite den Eindruck ganz vieler unterschiedlicher Quellen hat. Und daraus kann man die Regeln ableiten, dass man eine allmähliche Veränderung von Farbtönen als eine Beleuchtungsveränderung interpretiert und eine plötzliche Änderung von Farbtönen und Helligkeiten als eine Flächenveränderung interpretiert. Und auch das kann man natürlich umsetzen, kann man natürlich übersetzen in Gestaltung. Das heißt, wenn wir irgendwo einen Farbverlauf oder einen Helligkeitsverlauf unterbringen, dann wird diese Fläche als eine Fläche interpretiert. Wenn wir jedoch wollen, dass das eine sich vom anderen stark abhebt, dass man da unterschiedliche Flächen wahrnimmt, dann dürfen wir nicht das mit einem Verlauf machen, sondern da müssen wir einen plötzlichen Übergang gestalten. Das kann man sehr direkt daraus ableiten. Noch ein schönes Beispiel. Was seht ihr hier? Ihr seht irgendwie ein dreidimensionales Gebilden. Man interpretiert immer dreidimensional. Das haben wir ja mittlerweile schon festgestellt. Wir haben fünf Ausstülpungen nach vorne, nach heraus, also auf uns zu. Das sind die oberen drei und unten zwei. Und es gibt eine Ausstülpung, die geht nach innen. Warum ist das so? Warum empfinden wir das so? Das liegt daran, dass wir Licht immer als von oben kommend interpretieren. Licht kommt stets von über Kopf. Und das bedeutet, wenn wir nicht auf dem Kopf stehen, dass es von oben kommt. Woran liegt das? Wieso ist diese Hypothese plausibel? Naja, die Sonne kommt halt üblicherweise von oben. Und eine Beleuchtungssituation von unten, mit Licht von unten, kommt in natürlichen Situationen kaum vor. Ganz, ganz selten kann sowas mal vorkommen. Und ihr kennt das auch, wenn man Kinder erschrecken will, dann macht man im Dunkeln die Taschenlampe an und beleuchtet sein eigenes Gesicht von unten. Und dann entsteht so eine Fratze, weil das eine ganz untypische Beleuchtungssituation ist und damit auch eine ganz untypische Wahrnehmungssituation. Dass wir diese Annahme machen, dass das Licht von oben kommt, kann man sich sehr gut klar machen, wenn man dieses Bild einfach mal auf den Kopf stellt, also umdreht. Dann ist es nämlich auf einmal ganz anders. Dann sind die fünf Kugeln, die uns eben noch entgegenstanden, scheinen auf einmal Eindrückungen in diese Fläche zu sein. Und das, was eben noch als nach innen gedrückt erschien, scheint sie jetzt ausgestürbt, nach vorne kommend zu sein. Hier steckt die Annahme da drin, dass das Licht von oben kommt, nicht von unten. Wenn das Licht von unten käme und wir eine Wahrnehmungshypothese hätten, dass das Licht von unten käme, dann müsste es jeweils genau umgekehrt sein. Wo kann man das in der Gestaltung brauchen? Naja, immer dann, wenn wir etwas plastisch gestalten wollen, wenn wir irgendwie darstellen wollen, dass sich uns etwas entgegenstreckt und wir wollen das ausnutzen, dann müssen wir dabei bedenken, dass das Licht von oben kommt und entsprechende Hinweise, optische Hinweise an die Objekte anbringen, dass die Objekte herausgedrückt oder hineingedrückt erscheinen. Dafür ist es dann praktisch, wenn man das machen möchte, wenn man das Licht nicht nur von oben kommen lässt, sondern von oben von der Seite. Welche Seite ist eigentlich egal? Es hat sich dann eingebürgert, man nimmt oben links. Wir kommen dazu nochmal, wenn wir über Buttons sprechen, über Buttongestaltung. Dann spielt das nochmal eine sehr große Rolle. Hier nochmal ein ganz ähnliches Beispiel, was auch eigentlich ähnlich frappierend ist. Hier haben wir auf der linken Seite den Eindruck, in den Sand einen eingedrückten Fuß zu sehen, während wir auf der rechten Seite eher den Fuß auf uns zukommen sehen. Auch hier kommt die Beleuchtung von oben, kommt in diesem Falle eher so ein bisschen von oben rechts, aber das macht nichts an dieser Stelle. Also rechts und links ist eigentlich egal, das ist willkürlich. Links hat sich in der Darstellung irgendwie eingebürgert. Das liegt vor allen Dingen auch an Normen, die es in der Malerei gibt. Wenn man so Porträts sieht, die werden immer von oben links beleuchtet, klassischerweise. Und auch hier, und hier finde ich es eigentlich noch frappierender, denn hier sieht man ja eindeutig links etwas Eingedrücktes, rechts etwas Ausgestülptes, ist es so, dass wenn man die linke Seite dreht, das rechte Bild rauskommt. Ah, das rechte Bild wurde gedreht und das linke kommt dabei heraus. Auch gut, eigentlich egal. Und jetzt auf einmal sehen wir auf beiden Seiten den gleichen Wahrnehmungseindruck, obwohl es sich ja um das gleiche Bild handelt wie vorher, wo wir zwei verschiedene Dinge gesehen haben. So viel an dieser Stelle zu Beleuchtungshypothesen und damit überhaupt erst mal für den Moment zur Hypothesenbildung im Bereich der Wahrnehmung. Es geht jetzt noch weiter mit etwas sehr Praktischem, wo wir vieles von dem, was wir jetzt hier gelernt haben, auch anwenden können. Es geht nämlich noch um die Farbwahrnehmung, die ist auch sehr spannend. Wir haben ja schon Simultankontrast und solche Dinge gesehen und dabei auch sehr praktisch schon, um Farbmodelle und Farbdefinitionen, wie wir also es hinkriegen, bestimmte Farben für den Bildschirm zu definieren.